Nein! 41! 41! Ladies and Gentlemen! Herzlich Willkommen wieder bei Fall Guys! Mit dabei Yannick! Yannick, hast du Bock? Richtig Bock Junge! Heute verdiene ich mir meine erste Krone! Okay, wir spielen eher das Level Schwendende Höhen, glaube ich. Wenn ich das richtig gelesen habe. Das Level, wo keiner rausfliegen kann. Eigentlich. Unter 1 kann niemals jemand rausfliegen sein. So sieht's aus. Es ist unmöglich, ihn unter 1 rauszufliegen. Boah, ich bin gut dabei, ich bin gut dabei, ich bin gut dabei! Nein! Nein! Du kannst jetzt schon Nein rufen, man kann noch nicht mal runterfallen. Ich bin jetzt zu weit hinten! Ich bin jetzt zu weit hinten! Das läuft! Ja, das kann man nicht rausfassen. Nein! Ich bin viel zu weit hinten! Ich bin viel zu weit hinten! Voll umgenätet, das ist schon wieder Belastung. Also Anti-Gamer hier. Sven hat verkackt, zu werden wir kurz bei mir und hat sich gedacht, ne, dann spring ich nicht rum. Ah, ich war einfach zu langsam, weißt du? Du bist immer zu langsam, Sven. Du bist immer zu langsam, Sven. Das hat zu langsam oder zu schnell, wa? Ja, das wird schließt halt immer zu dir noch. Wow. Hey, was macht der denn da? Und immer 25. 25, immerhin. Was denn, Laker? Puk! Puk! Ich bin raus! Das ist einfach so ein Runny-Gag. Ich will Sven jetzt mal zur zweiten Runde schaffen. Ja, war wohl nichts. Also, cool ist raus. Deswegen kann Sven sich jetzt mehr auseinandersetzen mit dem Schnitt. Jetzt kann das zum Beispiel ein Gollum-Beeren einblenden. Okay, ich bin raus. Das mit Abstand dritt schlechtestes Spiel im ganzen Game. Die Wippen habe ich noch nie gespielt. Natürlich! Nee, Wippen habe ich noch nicht gemacht. Hast du noch nie gewippt? Nee. Hast noch nie in deinem Leben gewippt? Auch die Real-Life? Doch, Real-Life? Ja, aber nicht in Fall Guys. Wie fandst du Real-Life-Wippen? Fand ich ganz cool. Okay. Bis ich runtergefallen bin. So ist Vollgas entstanden. So, 1-2-4-4, da habe ich dich. Was, wenn das nicht sogar die Tauben-Wolf hier gemerkt? Ja, ne? Das Schlimme ist, ich kenne deine Nummer auswendig, aber meine kenne ich gar nicht. Ja, weil du meine mal suchen musst. Ich bin in der richtigen Hälfte! Mach keinen Scheiß! Jauu, an den Piraten vorbei! Ja, Piraten können ja nix. Dafür wird ein Jaxberry auch gerebootet. Ohoho! Gerade ist okay. Aber die ganzen Volks sind... Aaaaah, Yannick! Oh, die 5-Jährigen wissen einfach nicht, wie Gleichgewicht funktioniert. Da tut mir immer leid, ey. Geh auf Blau, oder? Aber die Kinder ruinieren wieder alles! Das ist ja da fallen sie runter, die dumm Kinder! Ha! Alter! Was denn? Guck dir die an, wie du spielen! Ja, das ist nicht knapp! Das ist nicht knapp! Wieso? Easy Game! Tauben-Wolfe, ja? Mit denen kann man gar nicht rausfliegen, weißt du? Gleich fliegst du raus, komm! Ja, ich schick alle in den Abgrund! Letzte Plattform! Easy Sven! Boah! Boah! Das ist doch mal hier! Hallo! Ihhh! Oh Mann! Hat er es geschafft! Der erste Mal den Wippen geschafft hab, ey! Okay! Oder musst du einfach das Ball in... Einfach das Ball! Einfach das Ball! Einfach das Ball! Einfach das Ball! Awww! Hier, Piwadi ist bei unserem Team! Ja! Oder Pirat! Mhm! Nicht mich treten! Team Gelb verliert übrigens immer! Kann ich fragen, du hast schon mal als Team Blau verloren! Ja, aber nur wenn die Leute die Regeln, die verstehen, kann ich ja nichts dafür sein! Wow! Ist das so? Aber es ist tatsächlich so, weil die Teams werden priorisiert nach Farben! Echt? Teamspieler kommen in der ersten Regel in Rot, dann in Blau und dann in Gelb! Dafür verliert Gelb auch meistens immer, weil das dann Solo-Spieler sind! Okay! Okay, jetzt fliegen wir raus! Weil Gelb hier komplett gegen Blau ist! Leu! Nein! Blau macht mal was! Blau ist die inkompetente Farbe aller Zeiten! Okay! Da hab ich das letzte Mal auch verkackt am Ende, glaub ich! Ja, okay! Du fahrst viel zu gelb, bis er verkackt am Spiel 1 ist! Gar nicht wahr! Ich war auch schon bei Finale! Tatsächlich! Haben wir es auf Aufnahme? Nein! Äh... Es... Äh... Warte, warte, warte! Ne! Doch, das müsste, glaub ich, Scream gewesen sein! Also... Aber das ist ja nicht auf Aufnahmes, Fin! Ne, scheiße, ne! Aaaaah! Fuck! Alter! Aaaaah! Easy Dritter! Nein! Schon wieder runtergefallen! Nein! 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 Ich kann nicht mehr wechseln! Nein! Ich kann nicht mehr wechseln! Ich kann nicht mehr wechseln! Ah, Glück! Zwei bleibt ne Running Gag! Oh Mann ey! Geil! Oh neee! Nicht abschweifen! Hauptsache nicht gelb! Gelb verliert immer! Gerade 2 verloren, aber okay! Ja, aber was kann ich denn dafür, wenn ich bei den 5-Jährigen lande? Oh Mann! Wie ist das so? So, wo bist du jetzt? Blau! Blau! Ich hab Schwanz! Geil! Geil! Wie ist das denn? Grün dabei? Achso! Vier Teams, okay! Genau! Bam! Hab ich dich erflayed, wa? Mmmmm! Oh, Luis! Oh, das war knapp mit deinem Schwanz! Sie wollen alle mal nicht an mir herumschwänzeln, Leute! Das seh ich nicht! Komm schon, Yarrick! An mir wird nicht geschwänzelt! Nein! 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 Dankeschön! Nein! Dankeschön! Afganrummany gibt's nich! Los, renn! Nein! Komm schon, das schaffst du! Nicht gelb! Gelb ist kacke! 5, 4, 3, 2, blau! Mein eigenes Team-Klau-Menschwanz! Hauptsache, ich gehe zu ihr! Ist das auch? Das ist krass! Enden ist Parkour und dabei steigt die Lava! Dieser Milkshake im Hintergrund! Alter! Geil! Und vor den 29 wären es nicht glauben, was ihr jetzt hier schafft! Echt nicht? Nee! Weil der Parkour ist einfach so krass! Ficken! Da bist du gut! Boah! Leck! Leck! Uh! Knapp, Janik! Pass auf! Alles gut, Sven! Boah! Easy! Leck! Geil. Geil! Geil! Gip! 宮! Geil! Go, go, Poyannic! Do,do,do,do,do,do,do.. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh. Easy. Wie viel habe ich denn noch? Easy game. Das hier ist krass, finde ich. Scheiße. Ah, Fug. Die finde ich krass. Das sieht mies aus. Vor allem, wenn du hier Leone hast. Oh, knapp. Ah. Alter, guck dir die Lutscher an. Leute, jetzt bewegt euch doch mal. Oh, rettet dich klein. Schon wieder die Kinder von Uni wieder alles, ey. Aber wie wies ist das denn, anstatt eben alle ins Ziel zu rennen? Ich habe die mit dir die Tod gerissen. Ich habe die weggekickt. So, nächste Runde. Ja, nee, tut mir leid. Naja, auf jeden Fall nächste Runde dann. Hier, Spiel verlassen. Gutes Gameplay hast du aber gezeigt. Du hast gezeigt, dass du ein paar Kuh laufen kannst. Ich habe gezeigt, dass kleine Kinder bei mir keine Chance haben. Und jetzt gibt dir mal Mühe, Jungs. Oh ja, jetzt, jetzt, jetzt haue ich richtig rein. Jetzt ist es wieder reingebuttert. Erst reilt, da sehe ich mich. Es heißt, es ist keine Höhenangst, Fullgas. Fullgas! Hand ins Arschloch. Richtig hart abfissen. Ich liege. Out of context. Easy. Noch stürm ich mit. Ey. Ficker. Okay, ich bin erst erst bei den Bellen. Ja, wie alle anderen auch. Easy. Ich bin ziemlich weit hinten. Finde ich. Dann macht ja nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, zweite Drehscheibe. Ja, eine Runde gedreht. Kein Problem. Okay. Hoch, 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 hoch. Das ist wirklich knapp jetzt hier. Oh, nö. Oh, diese scheiß Kackbälle. Oh, diese scheiß Kackbälle. Und eins kann man nicht verlieren. Verlieren. Nein. 41, 41. Huh. Ich hab's geschafft. Einmal in die Kommentare, ihr Riff ist weg. Die Pippen. Nicht die Pippen. Das ist das drittschlechteste Spiel. Nicht die Pippen. Ja, das zweitschlechteste. Das schlechteste ist einfach Eiergerinne. Klein und groß. Oh, Leute. Ich hab Angst. Svenny. Alter. Alter. Ah. Oh, GG. Der schon riff. Nein. Sven hat kein Puppen. Nein. 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 Ich hätte auch ein bisschen warten müssen. Er hat aber fail, Sven. Aber er ist ja geschafft. Zählt ihr noch Tropfen, Sven. Oh, das zählt ihr? Ja. Krass. Krass. Weißt du? Leute. Hört auf mit dem Scheiß. Leute. Hä? Was ist denn mit dem Controller los? Also, mir ist gerade angenehm. So, nächste Plattform. Oh, goodness. Oh, my God. Next. Nicht in mir spawn. Nein, nein. Wir sind nicht mehr moving. Dankeschön. Dankeschön. Ehre. Komm, 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 komm. Ihr Ficker. Ja. Nein. Komm rein. Oh, 27. Alter, was ist mit der Plattform los? Ich bin raus. Oh, vom zwei Schlechsten sind es zum Allerschlechtesten Spiel. Oh. Da mag einfach niemand das Spiel. Niemand. Eier gerangelt. Ach, du Scheiße. Wir haben hier wieder Team Blau. Ja, wir machen. Jetzt musst du Eier klauen und dann ins Tor bringen wir B. Ja. Und dann klauen. Werfen, Leute. Werfen. Nicht mich festhalten, du am... Ab und... Seid ihr am Schlechtesten. Ja, weil ich noch nicht so cross-verteidigte habe, Junge. Das Spiel funktioniert immer richtig. Oh, mein, ey. Janik hat Spaß. Ja, weil ich habe so zwischendurch immer so Legs in dem Game. Und dann steht vor allem bei dem Kack hier. Ich habe wohl manchmal mit meiner Controller... Geil, ich hole das erste Ei fürs Team. Geil. Geil. War ein geiles Team. War ein geiles Team. Janik. Was weißt du von mir, du Arschloch? Ich hatte das heute, dass er durchgeht. Ey, B-Spampt. Ja. Ja. Aber man muss ja mal aus und wieder anmachen. Ey, ihr Fickfressen. Weg damit. Gebt mir den Ball. Wirst du toxisch sein? Sag ich ja nicht. Ich bin nur ehrlich. Keine Chance bei 5-4-In-Kindern. Keine Chance. Keine Chance. Nächste Runde, neues Glück. Vorhunger, nein. Du musst ja nur kalkulieren, Sven. Ja, nur kalkulieren. Das letzte Kalkulieren, das kriege ich nicht auf die Kette. Und wenn er doch mal Controller-Faxen macht, dann ist das doch blöder. Weißt du? Du musst aber da runter springen, wo das Tor gerade zu ist. Zu geht. Ja, ja. Nur mein Controller macht halt mal ein bisschen Faxen. Weißt du? Und dann rutscht er so zur anderen Seite. Du machst immer Faxen. Nee, mein Controller. Boah, es ruckelt ein bisschen. Easy game. Dritter wird es diesmal nicht. Aua. Aber vorne mit dran. Ich bin ganz weit hinten. Oh, easy. Erster. Nein. Ich sehe deine Wolfszaube. Nein. Ja, ja. Wow. Ja, ha, 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 ha. Durch Glück geschafft. Hm, ich hab's gesehen. Im ersten Spiel kann man ja auch nicht rausfliegen. Nee, ne? Deswegen, es gibt mir ein paar Bots, die eingebaut werden. Extra dafür, dass man auf jeden Fall Runde 2 erreicht. Wie viel Glück man haben kann. Der Kreisel. Ja, ist okay. Ist okay. Die kenne ich schon, der Kreisel. Das ist okay. Muss nur ein bisschen mit spielen. Genau. Und die anderen müssen nur ganz okay sein, dann geht das eigentlich. Wow, der Controller spinnt. Wow. Sven hat wieder aufgegeben. Schade. So, easy. Ich hol wieder auf. Ich hol auf. Ja, ich bin bei den Kreisel. Das lebt hier. So. Die Hälfte fällt eh noch runter. Ich bin jetzt bei den Windmühlen. Ich glaube rechts lang. Ich links. Das ist ja auch easy hier. Fuck. Komm, einmal oben. Mir kommt ein paar Scheiße. Ich geh nicht wieder oben lang. Komm, komm, komm. Haha, hat geklappt. Alter, was ist das mit meinem Controller denn? Ja, ja. Ich muss vorgegen lenken. Ja, ja. Wo ist die Wolfs-Taube? Da ist sie. Und jetzt links am Rand stellen. Links am Rand. Da brauchst du dich springen. Oder du machst. Das ist eh zu spät. Hier geht's hin. Ja, mein Controller, der geht immer nach links irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Tja. Das heißt, es fliegt einfach keiner raus. Wenn, dann fliegt diesmal einer raus. Einer wird raus für den Kopf. Aber wenn ich nachdenken kann, dann fliegt man raus. Da brauchst du jetzt schon. Traube. Traube, Banane. Okay. Da brauch ich eigentlich nur hier stehen bleiben. Okay. Wo ist mein Janik bei euch? Traube, Banane. Traube, Banane. Traube, Banane. Banane. Da kann man nicht rausfliegen. Ich wurde runtergeschoben. Oh, wie geil. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lass einen Like da. Kommentare da, dass du mir die Folge fandet. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Hauen sie rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.